Ich muss sagen, ich habe schon ein wenig im Euro Truck Simulator darüber gelabert, aber nein, habe ich glaube noch nicht, denn falls ihr euch wundert, ja, wieso war denn jetzt so, ja, ich sag mal, eine kleine Pause, weil es kam jetzt glaube ich eineinhalb Wochen, kam glaube ich nicht, soweit ich weiß. Wie kann ich ihn denn vergrößern? Ich möchte den gerne vergrößern. Oh man. Ja, also, falls ihr euch wundert, warum der jetzt so eine kleine Pause war, das ist einfach ganz leicht zu erklären. Wir sind nämlich gerade dabei, wieder einen Server aufzubauen und an alle Leute, die schon mal an dem Server gearbeitet haben, die wissen, was das für eine Arbeit ist, denn immer aufzustellen und vor allem, wenn man alles über Befehle machen muss, also Linux, bla bla bla. ja, ja, die wissen, was das für ein Haufen Geschäft ist. Und da hat man dann auch oft, oder da vergisst man dann einfach mal am 3 nachts, wenn man eigentlich dann pennen geht, vergisst man dann noch Videos hochzuladen oder über den Tag allgemein vergisst man Videos hochzuladen für YouTube. Deshalb kam jetzt, ähm, ja, eine Woche war es jetzt glaube ich nicht länger oder eineinhalb Wochen, kam jetzt noch keine Videos, aber da wir jetzt schon am 9. eröffnen, wenn das Video draußen ist, kann sein, das ist schon lange offene ist das Server. Shapecraft.eu, ja, ähm, da wissen eigentlich so gut wie fertig, man muss nur noch Plugins einstellen, das kann man wirklich dann über Nachts machen, weil tagsüber ehrlich gesagt, ich keine Lust hab, irgendwelche z.B. oder Permissions zu schreiben oder irgendwelche Plugins einzustellen, ja, das mache ich nachts wenn ich komplett wenn ich eigentlich schlafen will weil ich dann einfach die lust dazu habe weil jetzt über den tag wenn ich dann so sehr scheiß permissions nie im leben aber so nachts 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 ist mir das eigentlich recht egal weil ich weiß nachts eh nie was ich zocken will also wenn ich so spiele alleine oder allgemein spiele alleine spiele gehen nicht das hat sich wieder so scheiße aber ja genau deshalb habe ich auch dass sie genau deshalb ist mir auch so langweilig immer nachts oder abend aber vor allem nachts ich hab mal so ab okay ich habe jetzt auf twitch niemanden gefunden immer 8 der macht jeden tag wirklich ein live stream wirklich wirklich interessant auch wenn es auf amerikanisch ist echt interessant dazu zu schauen muss man wirklich sagen als die macht mein kraft die macht noch andere sagen ohne scheiße wirklich interessant dazu zu schauen auch wenn die erst glaubt um 0 und fängt mit stream bei dir aus amerika ist aber kein problem aber dann ihr wisst schon was ich bestimmt so ich hoffe das verschmelzt so das verschmelzt sich nicht so 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 durch mit kurz das ist konzern wird dieses große entstanden du kannst mich mal ich brauche ich guck von kein keine bronze ich dachte eigentlich in gibt es ja kann ich ja es wird schon wieder nacht die flamme haben wir noch nicht mehr fehlen jetzt kommt es ist keine ahnung was ist denn das alles klar dann müsste noch gar genau gold kommt dann auch noch jetzt ist das nur so ein halbes will ich mir jetzt irgendwie verarschen ich bin mal gespannt was da passiert aber eigentlich was molten tin ein ingot das kann ich jetzt nicht oh man wie viel gold haben wir denn noch keins mehr oh jetzt haben nacket 6 das reicht nicht ja ok ist ich glaube hinterher ist offen alles cool so kopo kümmer 1 an den körper hab ich glaube ich habe das ich glaube gar nicht in Blöcken ich habe glaube ich nur das in Blöcken ja gut, Bronze müssen wir müssen wir jetzt kommen, wo ich das zinn packe gehst du zu Türe bitte, danke so Copert Bronze kein Schwein hat Bronze naja, jetzt machen wir mal kurz ein Stickeli fackeln das so ups so Holzzeug BAMS BAMS Oakwood Plants und dann die Kohle und dann gehe ich kurz schlafen was denn das? ach so, das ist die die Pattern chest hallo hallo jetzt oh go ho ho, ich bin immer noch müde was ich meine meine Kopfhörerkabel meine Kopfhörerkabel